Hi Leute, wir befinden uns heute auf der Gletscherinsel und zwar geht es erstmal um die Mokokos. Es gibt zwei hier oben, die sind von so einer Eishöhle hier unten erreichbar, da könnt ihr einfach hochlaufen und die dritte ist von hier unten auch in so einer Eishöhle mit Hochlaufen erreichbar. Also bei beiden Fällen einfach am Wegrand straight hätte ich glatt gesagt nach oben und wenn ihr die habt, dann habt ihr alle drei Mokokos von der Insel. Die andere Sache ist, ihr habt hier so eine Quest von Orasio, wenn ihr das erstmal auf der Insel seid, wenn ihr diese Questline verfolgt, bekommt ihr am Ende das Inselherz und außerdem bekommt ihr das Klagelied der Gelassenheit, das ist halt auch eine Belohnung dort am Ende. Ein Lied, das die Traurigkeit besänftigt. Dafür müsst ihr der Questline folgen, bei der Questline kriegt ihr jede Menge T1 Materialien und das war auch im Endeffekt schon die Kurzzusammenfassung von dieser Quest. In der Quest geht es halt hauptsächlich um Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung, weil es darum geht, dass das Gebiet hier oben halt aus Eis besteht und langsam das Eis wegschmilzt und hier ziemlich viel Müll rumliegt und das halt den armen Tieren auf der Insel schadet. So und das war es dann auch schon für das heutige Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage mal bis zum nächsten Mal. Bye-bye.